moin und herzlich willkommen zur dashcam folge nummer zwei ja ein paar gute videos habe ich dabei und ich würde sagen wir fangen auch direkt an hier sehen wir motorfahrer der hat seine eigene spur ja was soll man dazu sagen nicht hier wirklich sagen aber na gut lassen wir fahren hauptsache kommt heiler an springen wir gleich zum nächsten video ja auch hier so weit gekommen und die rechtsabliegerspur ist eigentlich sinnfrei wie man gerade sieht ja vielleicht hat er geträumt oder geschlafen ich weiß es nicht ja hier haben wir noch mal einen schlafenden autofahrer oder autofahrerin sie ist der meinung die linksabliegerspur hat rot und die geradeausfahrenden haben grün aber wir bleiben trotzdem stehen wir sind ja solidarisch also guten war das mann und jetzt hat sie wirklich wir können fahren ja selbst der neben ihr hat gehupt und dann hat sie begriffen ja hier blinken wir mal 50 meter vorm kreisverkehr weil wir wollen ja im kreisverkehr gleich rechts abbiegen da sind war ja das war es auch schon wieder von meiner dashcam folge nummer zwei wir warten mal ab was die nächste woche bringt bis dahin schönes wochenende bis denn dann tschüss